Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen hier im Kino des DFF zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und ja, ich kann Sie beglückwünschen, an diesem Sommerabend den Weg hierher gefunden zu haben, denn es ist wirklich ein sehr besonderer Film. Jetzt gerade laufen in Locarno ja wieder die Filmfestspiele, eines der wichtigsten Festivals der Welt und letztes Jahr in Locarno hatte der Film, den wir heute sehen, dort seine Premiere und das nicht nur, sondern die Hauptdarstellerin Saskia Rosendahl wurde auch noch mit dem Schauspielpreis ausgezeichnet. Das war der Beginn für diesen Film, der dann eine doch beachtliche Tour gemacht hat, international und national und ich freue mich riesig, dass jetzt heute die Regisseurin bei uns ist. Begrüßen Sie, Sabrina Sarabi, herzlich willkommen. Ja, hier, ich bringe dir dein Mikro, liebe Sabrina, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, hessische Wurzeln hast du auch, habe ich gelesen, in Kassel bist du geboren und hast auch eine Zeit lang in Aschaffenburg gelebt, das ist jetzt nicht Hessen, aber um die Ecke. Fast Hessen. Hast du eine Verbindung zu Frankfurt? Nee, zu Frankfurt nicht, aber wie gesagt, Aschaffenburg ist so die nächste Stadt um die Ecke, wo meine Oma gelebt hat und meine Mutter jetzt und deswegen gibt es eine gewisse Frankfurt-Nähe. Und der heutige Film, den hast du dort geschrieben, hast du mir erzählt. Genau, Niemand ist bei den Kälbern, den habe ich da geschrieben, zum Großteil. Genau, also ich habe gerade erzählt, Locarno, das muss ein Riesending gewesen sein. Wie hast du das erlebt letztes Jahr? Es war sowieso alles sehr turbulent, weil ich ein halbes Jahr Vordreh Zwillinge bekommen habe und es war eine sehr lange Odyssee und dann habe ich die ganze Postproduktion gemacht und bin mit meinem Mann und den Kindern dahin und es war alles sehr viel und sehr schön, dieser ganze Zeitraum von Dreharbeiten bis zur Weltpremiere da und auch in einem recht kurzen Zeitraum. Also wir hatten eingereicht und der Film war noch nicht fertig, dann mussten wir auch sehr schnell fertig werden und das war irgendwie alles sehr intensiv und aber irgendwie auch sehr, ja sehr besonders so durch das Machen des Films und gleichzeitig die Kinder zu kriegen und das alles so zusammen zu haben, das war gut. Ja, auch mit einer tollen Resonanz, also Medial und der Preis, das war natürlich alles richtig klasse. Jetzt war meine Frage natürlich, dann denkt man, jetzt kommt eine riesen tolle Kinotour und ihr habt das Anfang des Jahres machen müssen. Das war natürlich wieder so eine Hochzeit mit Regelungen in Sachen Corona. Bist du ein bisschen durch die Kinos gefahren oder hast du es gar nicht mitbekommen? Also wir wollten eigentlich erst so eine, weiß ich nicht, 10, 11 Tage Tour machen und dann haben wir die immer weiter angestampft und dann gab es natürlich auch zwischendurch Diskussionen, verschieben wir den Kinostart und dann haben wir uns dabei alle auch so zusammen entschieden, das einfach zu machen, weil ja auch nach so einer ganzen Zeit Pandemie kann man halt auch immer sagen, ja, also man wartet jetzt, bis alles wieder gut ist, was ja dann einfach nicht so in dem Sinne der Fall ist. Und deswegen, also ich fand es total gut, dass wir das dann einfach gemacht haben, auch wenn da gerade, also da gab es dann 2G-Plus-Regelungen und es war halt dementsprechend auch sehr Spaß befreit, die Kinotour, dass wir halt sehr viel Zeit auf dem Hotelzimmer verbracht haben, schnell mit Maske irgendwie zu Q&A und wieder rausgegangen. Ich hoffe, heute werden wir mehr Spaß haben, nachher wird Ulrich Sonnenschein das Gespräch mit dir führen, er ist Moderator und Redakteur bei HR2 und er schreibt für EPD Film, Deutschlands führendes Fachmagazin, die hier in Frankfurt sitzen und mit uns gemeinsam ja diese Reihe machen. Das ist richtig klasse, dass du nachher dann zu allen Fragen, zu niemand, das bei den Kälbern auch da steht, dabei bist. Jetzt aber noch, wie immer gibt es bei uns keine Werbung vorweg, sondern einen Kurzfilm. Und diesmal haben wir ganz tief in deinen Wurzeln, in deinen Anfängen gegraben, denn du hast an der KM in Köln studiert und 2009 Spiel aus Glas gemacht. Den hast du schon länger nicht gesehen, hast du mir erzählt. Ja, das ist sehr tief gegraben, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, dass ich den jetzt gleich noch kurz mitgucke, das habe ich gerade erfahren. Deswegen bin ich auch gespannt, also lange nicht gesehen. Genau, und das war dein erster Kurzfilm? Ja, das war mein erster Kurzfilm und das ist so aus dem Seminar heraus entstanden und ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Also es gab irgendwie so immer so ein paar Parameter, die drin vorkommen mussten in der Geschichte und bei der Übung war es so, dass eine Treppe drin vorkommen musste und den Rest weiß ich aber nicht mehr. Daran kann ich mich noch erinnern. Dann lassen wir uns davon sehr überraschen. Direkt im Anschluss kommt dann Niemand ist bei den Kälbern. Willst du dazu noch was sagen? Nö, das mache ich danach. Super, dann sagen wir jetzt Film ab. Vielen Dank und nochmal einen Applaus, Sabrina Sarabi. Schön, dass du da bist. Bis nachher. Ja, bitte begrüßen Sie nochmal Sabrina Sarabi, die Regisseurin von Niemand ist bei den Kälbern. Großen Applaus bitte nochmal. Und auch nach vorne kommt Ulrich Sonnenschein, der das Gespräch führen wird. Nur, dass Sie es wissen, die beiden werden erstmal ein bisschen für sich zu zweit reden, dann öffnen wir das natürlich auch nach einer Zeit für Sie im Publikum. Aber jetzt hat Ulrich Sonnenschein das Wort. Ja, hallo, schade für die, die jetzt hier nicht sein konnten heute Abend. Es wäre noch viel Platz gewesen. Der Film basiert ja auf dem Debütroman von Alina Herbingen von 2017 und der hat damals ziemliches Aufsehen erregt. Kamst du da schon auf die Idee, einen Film daraus zu machen oder kanntest du Alina Herbingen seit ungefähr gleich alt? Ich glaube, sie ist ein Jahr jünger als du. Kanntest du sie vorher schon? Nee, ich kannte sie nicht. Es war tatsächlich so, dass ich für meinen zweiten Kinofilm gerne eine Romanverfilmung machen wollte und in der Postproduktion von meinem ersten Film ganz viel schon so quer gelesen hatte durch verschiedene Romane, die gerade so auf den Markt gekommen sind. Also den Roman hatte mir meine Produktionsfirma, mit der ich auch Prelude schon gedreht hatte, angeboten. Den ersten Kinofilm. Genau, ja. Und hast du ihn auf Anhieb gemacht, diesen Roman? Ja, total. Also ich fand es ganz interessant, weil ich halt auch dadurch, dass ich recht viel so ein halbes Jahr lang gelesen hatte und es gab da Romane bei, bei denen dachte ich, die interessieren mich irgendwie als Roman, aber habe immer nicht so einen Film direkt auch vor Augen gehabt und es war bei Niemands bei den Kälbern sehr krass, weil ich, also ich weiß noch, ich habe den so auf einer Zugfahrt gelesen und habe direkt danach meinen Produzenten angerufen und meinte, also wir müssen sofort die Buchrechte kriegen, weil ich total Lust hatte, das zu verfilmen direkt, also weil ich den ganz, also ganz intensiv und großartig fand und der mich so sehr berührt hat, der Roman, das war so ganz klar sofort. Und hast du sofort an Saskia Rosenthal gedacht? Mit der hattest du ja Prélyt schon gedreht, also ihr kanntet euch. War das sofort klar, dass sie die Christine werden wird? Äh, ja. Und das war auch für sie klar oder musstest du sie erst überreden? Ähm, das musste ich ihr dann klar machen quasi und ich musste ja auch erst mal anfangen zu schreiben, weil ich aber genau, weil Prélyt sie schon sehr toll fand und sehr schade fand, dass sie nur zwei Tage am Set war und da auch schon parallel immer irgendwelche Filmideen im Kopf hatte, weil ich total Lust hatte, mit ihr zu arbeiten und also für sie war es auch eine schöne Zusammenarbeit bei Prélyt und, ähm, hatte aber bei einem Roman, dachte ich direkt, das muss Saskia machen. Und bei der Adaption, hast du da noch mit Alina Herbing zusammengearbeitet oder hast du einfach nur den Romantext genommen und hast dann so verfahrenszenisch, wie dir das im Kopf war? Ähm, also relativ wenig, weil, also auch Alina direkt von Anfang an gesagt hatte, dass sie sich da lieber ein bisschen rauszieht, weil sie halt auch, ähm, direkt meinte, dass sie keine Drehbuchautorin ist und das einfach als eigene Kunstform begreift und es schön fand, also sie hatte halt meinen Film da vorgesehen und, ähm, hatte da irgendwie ein sehr großes Vertrauen und was aber schön war, sie war eigentlich immer als Ansprechperson da, also ich hab so Zugriff auf ihr ganze Recherchetexte bekommen oder hab, wenn ich zwischendurch Fragen hatte, hab ich sie auch immer wieder irgendwie sprechen können und sie hat dann natürlich auch irgendwann eine Fassung gelesen, aber, ähm, das war so sehr autark voneinander, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es so einen Rückhalt gab, auf den ich so zugreifen konnte und ein Vertrauen von ihr und, ähm, das war ein sehr gutes Gefühl, dass das so da war. Das Buch hat ja relativ viel mit ihrem Leben zu tun, also Alina Herbing ist mit sieben Jahren von Lübeck ins Mecklenburger Land verpflanzt worden, von ihren Eltern sozusagen, also sie schreibt, wenn nicht ihre eigene Geschichte, dann schon aus eigener Anschauung, aus eigener Lebenserfahrung, mit deinem eigenen Leben hat diese Geschichte eigentlich gar nichts zu tun, oder? Ähm, ne, nicht so wirklich, also, und das war bei mir auch explizit der Wunsch, so was Neues zu erfahren eigentlich über einen Film und das finde ich so das Schöne am Filme machen, weil man eben in so Wirklichkeiten eintauchen kann, die auch nicht unbedingt was mit einem selber zu tun haben und ich finde, man muss nicht immer so seine eigene Lebenserfahrung oder seine eigenen Geschichten verfilmen, sondern das ist irgendwie für mich das Schöne am Geschichten, Schreiben und Erzählen eigentlich, dass man eben so die Möglichkeit hat, in eine andere Welt einzutauchen und die kennenzulernen. Ja, kennenzulernen ist das eine, aber du reproduzierst ja diese Welt auch und ich habe, als ich den Film gesehen habe, gedacht, da ist, erzählt jemand eine Geschichte, die er zumindest beobachtet, wenn nicht selbst erlebt hat, also es ist ganz viel Authentizität drin und habe erst hinterher gemerkt, dass das eigentlich, also du bist in Kassel geboren, in Krefeld aufgewachsen, hast keine Mecklenburg-Vorpommern-Mischeland-Erfahrung und dennoch kannst du es so spiegeln, als wäre es eine persönliche Erfahrung. Wie hast du das gemacht? Ähm, also mir ist grundsätzlich, wenn ich Geschichten recherchiere, also mir ist die Recherche sehr wichtig, also ich bin mehrfach da hingefahren und dann hatte ich auch irgendwann das Bedürfnis, ganz alleine da zu sein, also habe mir dann irgendwie ein Auto gemietet und habe erst mal eine Woche bei einer Familie in Brandenburg gewohnt und bin dann von da irgendwie, habe ich andere Leute wieder kennengelernt und habe bei anderen Leuten gewohnt und habe einfach ganz viele Gespräche geführt, auch gar nicht unbedingt nur mit Milchbauern, sondern also so querbeet eigentlich, um einfach mal, also irgendwie so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es eigentlich ist auf dem Land und das war so, also das war so eine sehr intensive Reise für mich, ich glaube auch durch dieses Alleinsein, weil ich halt jetzt irgendwie nicht mit meinem Kameramann da war, der mir irgendeine Art von Rückhalt gegeben hätte, sondern so sehr auf mich geworfen war und ich weiß noch, dass ich mich danach hingesetzt habe und dann so in einem Rutsch halt so die Drehfassung, also danach hat sich schon noch viel geändert, aber ich glaube so diese Basis davon, in der ist sehr viel entstanden nach dieser Recherche. Bist du mit dem Ziel aufs Land gezogen, die Geschichte hinter dem Buch zu finden oder bist du hingezogen, um das Buch zu finden oder um dich zu verorten in diesem Landprozess? Also ich bin mit so wenig Ziel wie möglich dahin gefahren, weil ich glaube immer, also wenn man schon irgendwie ein bestimmtes Ziel hat, das und das rauszufinden, dann macht man sich ja auf eine Art irgendwie auch zu und ich hatte eigentlich erstmal den Anspruch, einfach rauszufinden, wie es da ist und völlig ja eigentlich nicht zielorientiert im Endeffekt. Hast du denn ähnliche Erfahrungen gemacht, wie sie im Buch oder auch im Film auftauchen? Also was ich schon stark gemerkt habe, ist so, also wenn ich mit Menschen geredet habe, dass es ein starkes Gefühl von so Perspektivlosigkeit gibt oder auch eben dieses Thema von Landflucht von jungen Frauen. Also ich weiß noch, ich habe einmal, also da ist auch Grundlage für einen der Figuren zum Beispiel, mit einem jungen Mann geredet, der war so Ende 20, der mir sagt, er hatte schon seit vier, fünf Jahren keine Freundin mehr, aber wüsste auch gar nicht, wie er jemanden kennenlernen soll, der dann am Wochenende immer mit seinen Jungs diese Traktortreffs hatte und dann immer mit so dicker, lauter Musik mit mir mit seiner Karre durch die Gegend gefahren ist die ganze Zeit und ich fand es irgendwie, also ich habe da viel solcher Geschichten irgendwie auch so wiedergefunden oder so diese Mutterfigur von der besten Freundin, also es gab viel solcher Situationen eigentlich, die ich so erlebt habe und klar gibt es natürlich auch andere Menschen auf dem Land und es ist immer so ein Ausschnitt, aber ich habe schon viel von diesem Verlustgefühl einfach gespürt. Wie viel von deiner eigenen Erfahrung ist dann auch in das Drehbuch eingeflossen oder hast du dich sehr sträflich auch an den Text gehalten? Ne, ich habe mich schon recht frei dann irgendwann daran orientiert, also im Roman ist es auch so, dass es ganz viel Rückplänen in die Vergangenheit gibt, die habe ich zum Beispiel komplett rausgeschmissen oder ich habe auch, also teilweise sind auch ein, zwei Figuren neu aufgetaucht dann und ich hatte also stark aus der Erinnerung auch geschrieben, ich hatte so am Anfang mich sehr stark am Buch orientiert und sehr analytisch irgendwie entschieden, was ich drin haben will und was nicht und dann, als ich eben diese Recherchereise gemacht habe, habe ich die Fassung einfach aus der Erinnerung geschrieben und da ist natürlich trotzdem viel von der Grundhandlung irgendwie dann drin geblieben, aber ich glaube auch viele eigene Sachen dann wieder reingekommen. Eine Kritikerin hat über das Buch geschrieben, dass es von dröhnender Perspektivlosigkeit handelt. Ich fand das einen sehr schönen Begriff, fand das auch für deinen Film zutreffend, der ist nicht besonders laut, aber trotzdem unheimlich dröhnend. Ja? Ich habe das jetzt einfach als Kommentar wahrgenommen. Die, alle möglichen Leute, die über das Buch oder auch über den Film reden, sagen, es ist ein Film, der die vermeintliche Idylle des Landlebens zerstören will. Ja, vielleicht, aber ich frage mich die ganze Zeit, wo diese Idylle eigentlich herkommt und ob sie nicht eine Komplettfantasie von Leuten ist, die das Landleben gar nicht kennen. Also ich finde schon ein Stück weit, ehrlich gesagt. Also dass es eine Fantasie ist, weil, also ich, klar, ich kenne das irgendwie auch ein Wochenende aufs Land zu fahren, obwohl ich sagen muss, dass ich, also auch durch meinen Hintergrund, weil ich halb Piranerin bin, mich nicht wahnsinnig wohl gefühlt habe, irgendwie in Brandenburg aufs Land zu fahren und ich muss auch sagen, dass ich bei einem Roman, hatte ich total Angst davor, vor dieser Recherche, weil ich so dachte, oh Gott, alleine in Ostdeutschland irgendwie übers Land zu fahren und da sind die ganzen… Ja, klar, ja, deswegen ist das, also, ist das, glaube ich, auch so eine Perspektive dieser Idylle. Also weil halt, ja auch gerade irgendwie in den ländlicheren Gegenden auch einfach die AfD-Wählerschaft zunimmt und im Osten natürlich auch speziell und das sind schon so Punkte, warum ich das nicht irgendwie als reine Idylle so wahrnehmen kann. Aber hast du solche Erfahrungen gemacht? Ich meine, man sieht dir ja nicht an, dass du Iranerin bist. Ja, das ist halt spannend, weil ich glaube, so Leute, die irgendwie dahin gucken, sehen es dann durchaus. Also ich hatte zum Beispiel schon so Erfahrungen, dass ich irgendwie, also ich weiß noch, ich habe mal eine halbe Stunde mit einem Wirt geredet und hatte ihn danach eine Broschüre gefragt und dann hat er mich irgendwie gefragt, ob ich denn der deutschen Sprache mächtig wäre und ja, hatte auch mal so eine andere Situation, dann hatte jemand so ein Reichsgedicht zitiert irgendwie, als wir in der Kneipe saßen, also da gab es schon so diverse Situationen, die nicht so richtig angenehm waren. Welche Rolle spielt es, dass die Handlung in der ehemaligen DDR stattfindet? Also im Film gibt es keinerlei Hinweise darauf, das könnte auch in Schleswig-Holstein spielen. Ich glaube einfach, dass es insofern eine Rolle spielt, als dass das, was passiert ist, immer noch eine Auswirkung auf die Gegenwart einfach hat. Und also insofern gibt es nicht, also habe ich mich auch entschieden, jetzt kein Rückblenden oder das gezielt irgendwie anzusprechen, aber ich finde, man merkt natürlich schon auch einfach, wie die Leute darüber reden oder was auch passiert ist, dass das, also dass das eine Wichtigkeit irgendwie in dem Film hat, auch wenn sie nicht explizit angesprochen ist. Und ich glaube, also was ich interessant fand, was ich so aus meiner eigenen Erfahrungen geschöpft habe, ist, also mein Vater kommt eben aus dem Iran und da ist halt auch so ein System weggebrochen und das fand ich total spannend in diesen ganzen Gesprächen, dass ich plötzlich ganz viele Parallelen so zu meiner eigenen Familiengeschichte... Das ist das Chassis-System, was du meinst. Genau, ja, dass das halt irgendwie, also auch wenn sie da keine Anhänger von waren, aber nee, also das, was danach passiert ist, war natürlich, dass eigentlich Land halt quasi für viele Menschen da nicht mehr betreten war, war also in meiner Familie und ich glaube, das ist so das, was ich da in der Parallele halt so erlebt habe eigentlich, dass halt für viele Menschen, auch wenn sie die DDR nicht alle gut fanden, es ist trotzdem so, weil das einfach ein System so übergestürmt wurde auf eine Art und ich finde, das war etwas, was ich ganz stark in der Recherche gespürt habe, dass es immer noch so nachweht und dass da immer noch sehr viel drüber geredet wird, obwohl es so lange her ist. Also für mich war das ein bisschen so, dass dieses DDR-System so zwanghaft es war und so einkerkend es war, es hat den Leuten viele Entscheidungen abgenommen und dadurch auch eine große Sicherheit gegeben und die Unsicherheit der freien Entscheidungen, die eben nicht getroffen werden in diesem Film, das war so ein bisschen die Nachwehen dieses totalitären Systems. Die Figuren, die Hauptfiguren sind relativ jung, Anfang 20, leben aber ein Leben wie ein Ehepaar, was schon 50 Jahre frustriert zusammen ist. Da schnurrt irgendwie so die Zeit zusammen. Was ist da passiert? Ja, ich glaube halt eben, wenn man mit 16, also auch teilweise von der Schule geht und dann irgendwie klar ist, okay, es gibt den einen Bauern, Jungen irgendwie um die Ecke und dann noch den, dann ist halt auch relativ schnell klar, irgendwie entweder bleibt man da und kommt dann zusammen und lebt dann da oder man macht halt was anderes. Und ich glaube, dadurch kommt es natürlich viel schneller. Also diese Mitlaufkrise, die man vielleicht mit 35, 40 in der Stadt kriegt, passiert da halt mit 23, weil das einfach an einem ganz anderen Tempo ist, dass man da plötzlich steht und denkt, okay, was mache ich jetzt mit dem Rest von meinem Leben? Ich habe so bei diesem Gedanken, ja, dass dieser Film zerstört die Illusion des tollen Landlebens, habe ich gedacht, eigentlich hat er ein ganz anderes Zentrum. Es ist ein Film über mangelnde Kommunikation. Denn alles, was passiert, ergibt sich daraus, dass man nicht darüber spricht. Würden die beiden über ihre Situation sprechen und über das, was ihnen passiert, würde vielleicht auch der Hund noch leben? Ja, das könnte gut sein. Ja, und diese Kommunikationslosigkeit ist natürlich auch ein viel schwerwiegenderes Moment, als zu sagen, ja, das Landleben ist keine Idylle. Ja, ist auf jeden Fall ein großer Teil davon. Obwohl, ja, ich glaube, das ist natürlich irgendwie alles zusammenhängend, aber das stimmt natürlich, weil, also ich hatte ja gerade, wir hatten kurz drüber geredet, weil ich in der Aschaffenburg in der Nähe von Aschaffenburg war, was so auch eine ländlichere Gegend war und da, also sieht man natürlich auch Parallelitäten, also wo man auch nicht sagen kann, das ist jetzt so Osten, das ist der Westen und das ist total irgendwie abgetrennt voneinander. Und ja, also klar. Ja, aber ich kam es dir darauf an, natürlich. Ich meine, diese, die Filmhandlung erzählt sich ganz viel über Dinge, die nicht ausgesprochen werden. Also über Subtext, über Zwischentöne, über Bilder. Also selbst am Schluss hatte ich beim ersten Mal gucken, hatte ich das Gefühl, als sie an dieser Bushaltestelle nochmal vorbeikommt, sie fährt wieder zurück. Und jetzt gerade war aber mir klar, nein, sie fährt nicht zurück, dadurch, dass es Geschwindigkeit aufnimmt und so. Also es gibt ganz viele Dinge, wo man gar nicht so genau weiß, warum verprügelt er sie so heftig? Was weiß er von ihrem zweiten Leben und was nicht? Was spielt der Hund für eine Rolle? Und warum vergiftet sie denn überhaupt? Also diese ganzen Fragen, die auftauchen, sind ja auch Fragen, die du absichtlich offen lässt. Ja, also ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Haltung bei mir beim Filmemachen, weil, also ich versuche immer, Figuren zu verstehen und sehr viel über sie rauszufinden, aber ich verstehe halt auch nicht alles und ich finde, das ist irgendwie so ein wichtiger Aspekt für mich im Filmemachen, dass man einfach auch Figuren zeigt, bei denen man nicht alles verstehen kann und die Sachen machen, die einen irgendwie wütend machen können oder zum Lachen bringen oder irritieren. Und weil das, also so für mich auch das Leben beschreibt, also ich kenne mich selber auch nicht 100% und ich kann auch nicht sagen, dass ich meinen engen Umkreis immer 100% kenne und das macht aber für mich so eine Lebendigkeit vielleicht dann auch irgendwie aus, die ich wichtig finde im Filmemachen. Witzigerweise ist in dem ganzen rätselhaften Verhalten dieser Leute entsteht eine unheimliche Nachvollziehbarkeit. Mehr als in dem traditionell psychologischen Erzählen. Das liegt dir nicht, das psychologische Erzählen. Anscheinend nicht. Der Film beginnt ja schon mit einer relativ harten Szene. Da werden zwei tote Tiere gefunden, erst ein Reh, dann ein Reifvogel und dann geht auch noch die Maschine kaputt. Das heißt, die Natur ist nicht auf Seiten der Menschen und die Technik auch nicht. Was kann danach noch kommen? Also das war auch was, was ich irgendwie total spannend fand. Also wie eben, also so ein Reh ist dann halt einfach so ungeziefer und es stört halt einfach und das ist irgendwie das, glaube ich, was dann so im Bruch steht zum Städter, der dann irgendwie das arme tote Reh irgendwie am Straßenrand sieht. und das ist so, ja, das ist so eine andere Realität, weil das dann einfach der Alltag ist. Ja, es ist Mistviecher, sagt er, glaube ich. Es ist wirklich schlimmer als ein Insekt. Da gehört ja auch irgendwie ein Mangel an Empathie dazu oder eine Versachlichung von Landleben, von Lebewesen. Ja, es ist halt die Frage, ob es so ein Mangel an Empathie ist, weil das einfach, also es ist halt so der Berufsalltag und ich glaube, dass dann man einfach eine andere Empathie vielleicht irgendwie auch hat. Also, oder aus einer anderen Perspektive heraus Sachen vielleicht sieht. Diese Existenz auf dem Land hat ja immer auch einen Sehnsuchtspunkt. Das ist jetzt hier Hamburg oder Hamburg steht quasi einfach nur für das städtische Leben. Die Probleme, die in der Stadt entstehen, sind ganz andere. Die werden da komplett ausgeblendet. Das bleibt sozusagen so ähnlich, wie der Städter das Landleben als Idylle sieht, sehen die oder sieht sie, Christine, in erster Linie die Stadt als die Verlockung und das Paradies. Das bisschen Stadt, was im Film vorkommt, diese komische Tankstelle, die ist ja nach gerade gruselig. Also, die hat keine idyllischen Momente und trotzdem ist es so ein Sehnsuchtsort. Ja, klar, aber das finde ich irgendwie auch wichtig, weil es ja auch Quatsch dann zu zeigen, irgendwie in der Stadt ist alles toll und da läuft alles richtig und da muss man einfach nur hin, damit alles in Ordnung ist. Weil, also, so funktioniert es halt dann eigentlich auch nicht. Also, manchmal bringt es was von Dingen wegzulaufen, glaube ich, weil manchmal die Orte so falsch sind, dass man einfach weg muss. Aber so als Grundsatzlösung ist es ja auch nicht unbedingt umsetzbar, glaube ich, oder nicht gut, wahrscheinlich. Also Mittel dieser Flucht oder dieser Versuche wegzukommen, gibt es zwei. Das eine ist so ein bisschen beiläufig, ist der Alkohol, der irgendwie wie so eine Tablette eingenommen wird, immer so schluckweise irgendwo in unpassenden Momenten ohne jede Form von Zeremonie. Und das andere ist gleichermaßen freudlos Sex, der zwar einvernehmlich stattfindet, aber doch eine ungeheure Brutalität mit sich bringt. Na, ich glaube, das mit dem Alkohol, also erst mal ist es ja tatsächlich auch wirklich so ein Thema auf dem Land, also wie auch Drogen da ein Thema sind, weil man halt, also, das ist natürlich jetzt immer nicht für jeden zu sprechen, aber es natürlich irgendwie eine gewisse Ratlosigkeit oder Perspektivlosigkeit gibt und dann, auch wie Christine das als Figur einfach vorgelebt bekommen hat von ihrem Vater, dass es halt einfach normal ist, halt Alkohol zu trinken und dann macht sie das halt einfach auch irgendwann und säuft sich halt irgendwie in so eine Art Leere eigentlich und das ist ja irgendwie so mit dem Sex ist es halt auch so, dass sie sucht halt einfach die ganze Zeit was und hat eine Sehnsucht in sich und kann es aber eigentlich gar nicht stillen und braucht das aber irgendwie für sich dann trotzdem, also immer diese Ausbruchsversuche. Es hat ja was Zerstörerisches, auch diese Begegnung mit Klaus, Guderhard Giese, hat ja was Zerstörerisches und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie umso stärker da eine Familie ihr vorscheint, umso stärker hat sie das Bedürfnis, das zu zerstören. Also für mich hatte das gar nicht so stark was mit der Familie, zu tun, sondern mit dem Generellen, das einfach, also glaube ich so ein bisschen wie die erstbeste Person, die vorbeikommt, ist für sie so eine Ausflucht und den nimmt sie sich dann irgendwie und es ist halt, also ich glaube dadurch, dass sie irgendwie so wenig handlungs- und kommunikationsfähig ist, macht sie die ganze Zeit so Sachen, also in so einem sehr passiv-aggressiven Schema und durch dieses Schema passieren natürlich trotzdem Dinge dann die ganze Zeit, auch wenn sie nicht so, also es wird nicht irgendwie das Problem ausgesprochen und es führt dann dahin, sondern es wird ja irgendwas gemacht, was dann aber bei anderen Menschen natürlich auch Reaktionen irgendwie auslöst, aber es ist so, also für mich ist es halt so eine Hilflosigkeit irgendwie auf eine Art auch, dass diese Art von Handeln... Unter den vielen symbolhaltigen Bildern, also auch die brennende Scheune, die ja sozusagen Strafe und Ausweglosigkeit in sich verbindet, gibt es noch eins, was mich so ein bisschen irritiert hat, das ist diese Wickelkommode auf der Waschmaschine. Da habe ich dann gedacht, hat sie wohl ein Kind verloren oder ist das Leben so stehen geblieben, dass das noch die Wickelkommode von ihrem Freund Jan ist? Achso, nee, das ist die Frau von dem Vater von Jan, ist schwanger, deswegen steht da diese Wickelkommode. Ah, da steht die schon für die Zukunft. Ah, okay. Okay, genau. Diese Gewaltszene, diese Prügelszene, die ja für alles Mögliche steht, was an Ausweglosigkeit in diesem Film aufscheint, ist für mich ungeheuer gewaltvoll gewesen, obwohl eigentlich ein paar Striemen, ein bisschen Kratzer im Gesicht nicht viel passiert. Wie hast du die inszeniert? Wie hast du die gefasst filmisch? Also ich wollte die auf eine Art halt unaufgeregt und echt machen, also weil das, das ist ja so ein Ding, weil es einfach sehr viel Gewalt natürlich in Filmen gibt und man irgendwie auf eine Art mit, es gibt so eine Art filmischer Gewalt, und die mich auch nicht mehr so richtig berührt, weil sie einfach, also so ein Hyperrealismus, also, ist das Wort richtig? Ja, ne? Sowas erzeugt, was aber eigentlich nicht dem entspricht, wie es eigentlich ist und das war so das Ziel, dass es irgendwie eigentlich was sehr körperliches und nahes und echtes irgendwie hat und dadurch eine Kraft kriegen kann, dass es eben so ist, wie es eigentlich aussieht, wenn jemand verprügelt wird. Und das ein bisschen klarer zu begründen, warum er das macht? War für mich irgendwie nicht notwendig, weil ich hab eigentlich so, also weil er redet halt die ganze Zeit nicht und staut einfach alles in sich auf und irgendwie ist es halt, also im Endeffekt geht es ja auch um sie und nicht um ihn und er, also passiert ja immer am Rande und trotzdem erschließt es sich mir, dass es halt dann irgendwann passiert, weil ja einfach nicht geredet wird die ganze Zeit und es scheint halt irgendeine Art Verhaltensverzug von ihm zu sein, weil man ja auch am Anfang schon merkt, dass sie irgendwie relativ aggressiv auch irgendwie den Stuhl dann so umstößt, auf dem sie sitzt und das so irgendwie seine Form davon ist, irgendwie mit Problemen umzugehen und es zu kompensieren. Und er weiß nichts von ihrem Leben. Das ist genau das, was ich auch gedacht habe. Er versucht mit seinen eigenen Problemen klar zu kommen und schafft es nicht und dann ist es eben diese eruptive Gewalt. Es ist keine Reaktion auf das, was sie gemacht hat. Ja, also stimmt auf eine Art, also natürlich ist es eine, geht es da auch viel um ihn, irgendwie bei dem, wie er handelt. Wer weiß, was sie gemacht hat? Also es gibt ja, also es ist offengelassen, es gibt ja dieses Gespräch, wo dann der Freund halt eben kommt und das erzählt und das erfahren wir ja irgendwie als Zuschauerin nicht. Nicht, genau. Wir sehen nur, dass sie reden. Ja. Sie steht am Fenster. Aber auch der, ja gut, das kann natürlich sein, dass der Freund ihm das erzählt. Ja, aber ich finde es irgendwie auf eine Art auch nicht so wichtig, weil es kann halt irgendwie sein, dass es ein Verdacht ist oder irgendwie, mehr als ein Verdacht oder also, irgendwie fand ich nicht wichtig für, also als Zuschauerin da zu wissen, was das genau ist, weil es ja um sie eigentlich dann irgendwie geht und sie sieht nur, dass er irgendwas erfährt. Das Motiv der Windkraft, ist das einfach so da drin oder ist das auch ein Moment der Enttäuschung, weil viele haben ja sehr große Hoffnung in die Energiegewinnung aus Windkraft gesetzt. Bisschen ist davon noch übrig geblieben, aber lange nicht mehr die Euphorie, die es mal hatte. Passt irgendwie zu den ganzen anderen zerstörten, idyllischen Momenten. Nee, klar, die Windkraft ist, also das fand ich sehr interessant, als ich auf dem Land rumgefahren bin, weil es das, also das Windrad an sich einfach so ein sehr großes Feindbild bei sehr vielen Menschen da ist und ich fand es ganz interessant, weil es gar nicht per se irgendwie gegen erneuerbare Energien geht, sondern um dieses, also ich weiß noch, ich hatte mal mit einer Frau geredet, die hat gesagt, ja gut, dann können die Städter sich jetzt wieder in ein Einkaufszentrum mehr irgendwie hinsetzen und ihren Coffee to go trinken, weil sie es einfach nicht hinkriegen, irgendwie autark zu leben und deswegen müssen wir uns jetzt diese Windräder vor die Tür knallen lassen. Das war nicht ganz falsch. Ja, das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Gedanken, wenn man sich immer so, also ich habe mich schon immer gefragt, also woher kommt dieser Hass auf diese Windräder und also dass da ganz viele Ebenen so drunter liegen und es gar nicht mehr um die Windräder an sich eigentlich geht, fand ich ganz spannend. Tragendes Moment ist Saskia Rosendahl in diesem Film. Wie habt ihr zusammengearbeitet? Hast du ihr viel Freiheit gelassen? Hast du ihr Teile des Buches gegeben? Hast du ihr das ganze Buch gegeben und gesagt, so hat das zu stattzufinden? Oder habt ihr viel geprobt? Wie ist diese Figur entstanden? Also wir haben so ein Jahr vorher angefangen und wir haben, also was zum Beispiel total hilfreich war, dass Saskia wirklich jedes einzelne Casting gemacht hat, also für jede Nebenfigur, die wir gesucht haben und auch wenn wir größere Auswahl an SchauspielerInnen hatten, ist sie zu jedem Casting einfach gegangen. Auch für die Tiere? Nee, das nicht, aber das war halt spannend, weil ich irgendwie so gemerkt habe, wie so in einem Lauf von einem Dreivierteljahr Casting sie einfach diese Rolle immer mehr gefunden hat, eigentlich für sich. Also das war das eine, was sehr ungewöhnlich war und dann haben wir, ich habe so Rolleninterviews mit ihr gemacht, also ich habe sie immer als Saskia befragt und das mit Kamera aufgezeichnet und dann habe ich sie immer als Christine befragt und also die Antworten als Christine waren immer sehr viel kürzer als die als Saskia, aber auch manchmal sehr viel klarer plötzlich und dann haben wir... Wahrscheinlich auch ein bisschen düsterer. Ja. Und dann haben wir das ganze Drehbuch einfach mehrfach, also hatten uns irgendwann so zwei Monate vor Dreh, haben wir so eine ganze Woche irgendwie zusammen angeschlossen und halt irgendwie das Drehbuch komplett durchgekaut. Dann haben wir mit allen anderen SchauspielerInnen hatten wir so drei, vier Wochen Proben und dann haben wir uns danach halt wieder zusammengefunden und dann wieder festgestellt, so durch die anderen dann wieder sich Dinge verändern und so, aber es war... Also ich würde sagen, dass wir so extrem gut zusammen dann einfach vorbereitet waren und das so eine Einheit eigentlich auf eine Art auch war. Und dann ist aber das dann so abgedreht worden, wie es geprobt wurde und da ist dann nicht mehr improvisiert worden oder am Set dann noch mal was verändert worden? Ähm, doch teilweise schon, aber also ich würde sagen, in den Dialogen relativ wenig, aber also wo wir natürlich nicht geprobt haben, sind dann solche Szenen wie diese Masturbationsszene, da haben wir eigentlich sehr viel einfach inhaltlich drüber geredet, was wir für eine Art von Körperlichkeit da irgendwie zeigen wollen, was das ausdrücken soll und so. Und dann haben wir, das haben wir zum Beispiel als One-Take gedreht, ohne irgendeine Probe und ohne, dass der Kameramann genau wusste, was wir da machen. Haben quasi nur so ein, also Spektrum des Raumes abgesteckt, über das ich Saskia hinaus nicht bewegen durfte, damit man halt irgendwie das alles so drehen kann, aber das haben wir relativ häufig gemacht, dass wir Sachen nur einmal gedreht haben und ich glaube, das kam aber durch diese extrem intensive Vorbereitung zwischen uns beiden, Die Vorbereitung war ja noch vor Corona, die Dreharbeiten dann in Corona? Nee, die Vorbereitung war auch schon während Corona. Auch schon? Also der Dreh war im August 2020. Und war das schwierig? Ich meine, du hast wenig Leute, das ist schon mal einfach, aber du hast an sehr, sehr vielen Orten gedreht. Das heißt, du musstest immer wieder gucken, dass die Bedingungen eingehalten werden oder war das dann irgendwann egal? Also ich glaube, auf eine Art war es halt sehr hilfreich, dass wir auf dem Land gedreht haben, weil, also ich glaube, im Sommer 2020 so einen Berlin-Film zu drehen, wäre sehr viel anstrengender, aber es ist gar nicht möglich gewesen. Und dadurch, dass wir auf dem Land waren, wir haben es halt sehr abgeschottet, einfach drei Monate. Der Film sieht ja aus, als wäre der nur auf diesem Hof entstanden, an einem, und da gut die Tankstelle und im Auto nochmal. Aber wenn man dann nachliest, es gibt irgendwie zehn Drehorte, wie kam das durch die Förderung? Also ja, wir haben tatsächlich einen Teil in Schleswig-Holstein gedreht und einen anderen Teil in Mecklenburg-Vorpommern. Also die ganzen Szenen, die im Wohnausspielen sind in Mecklenburg-Vorpommern und die anderen in Schleswig-Holstein. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Bushaltestelle von Mecklenburg-Vorpommern nach Schleswig-Holstein transportiert. Weil wir halt über, also ich weiß noch, dass ich mit einer zehn Wildnerin rumgefahren bin, so an der Grenze und immer so, sieht das jetzt nach Osten aus? Nein, wir brauchen eine Bushaltestelle aus Ostdeutschland. Und dann hat sie da das halbe Dorf animiert und die haben die irgendwie, ich glaube zum Trecker, dann rübergefahren, dann wird die da wieder abgesetzt. Und nur wegen der Förderung oder weswegen? Ja, weil wir diese Szene zum Beispiel einfach in Schleswig-Holstein gedreht haben. Und also diese Landstraße auch passt und sowas. Aber es muss natürlich dann auch so aussehen. Dieser dokumentarische Blick von dem Kameramann Max Preis, ist das auch deine Vorgabe gewesen? Oder habt ihr da das zusammenentwickelt, wie dieser Film am Ende aussieht? Wir haben es dann später zusammenentwickelt. Ich habe das schon stark vorgegeben, weil ich wollte irgendwie, also ich hatte Max damit sehr stark konfrontiert, dass ich gesagt habe, ich möchte keine Auflösung diesmal machen. Also weil wir halt schon einen Kinofilm davor zusammen gemacht hatten und da alles aufgelöst hatten und Storyboards hatten und alles. Und ich wollte das bei dem Film nicht und habe gesagt, ich will einfach nur, dass du die ganze Zeit bei den Proben dabei bist als Vorbereitung. Und dann haben wir eigentlich nur darüber geredet, so wie wir es machen wollen, aber gar nicht irgendwas aufgelöst vorher. Also mir war das total wichtig, diesen ganz unmittelbaren Ansatz zu finden. Und das war so am Anfang war es so ein bisschen schwierig für Max, weil das natürlich auch irgendwie erst mal Angst auslöst, sowas zu machen. Und dann lief das aber total gut, weil es dann irgendwie so klar war, was wir gedreht haben. Und für ihn auch total klar war, weil es eigentlich immer das Wichtigste ist, dass man versteht, was die Figuren machen. Was mich ein bisschen erschreckt hat, auch war dieser sehr, sehr lange Vorspann und plötzlich kommt der Titel. Den hatte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr erwartet. Das ist auch so ein Irritationsmoment. War das so geplant? Ja, das kann ich verstehen. Aber ich mag den Titel an der Stelle sehr gerne, aber ich verstehe schon, dass es ein bisschen spät ist. Und den Titel magst du sowieso? Ja, den Titel finde ich ganz toll. Ja, den wollte ich eigentlich sofort drin haben, immer. Also das war total klar, dass der, der stand auch nie zur Debatte irgendwo. Ich finde, ich habe es vorhin schon mal gesagt, als wir draußen waren, der hätte auch eine Komödie bezeichnen können. Also da hat man, man hat ganz viel Assoziationen, aber so ein Titel Niemand ist bei den Kälbern ist erst mal ein bisschen lustig, finde ich. Ja, kann ich verstehen, aber irgendwie, auf eine Art, also, ich finde es ganz spannend, weil ich finde, es gibt ja auch Sachen, die trotzdem da drin lustig sind auch. Ich stelle jetzt mal die Urs-Frage. Die Reihe heißt ja, Was tut sich im deutschen Film? Findest du es angenehm, in Deutschland Filme zu machen? Ich habe bisher noch nie woanders Filme gemacht. Aber jetzt für ein internationales Unternehmen gearbeitet. Ja, klar, aber es war etwas anderes. Wir haben es ja trotzdem in Deutschland jetzt produziert, deswegen ist es irgendwie auf eine Art trotzdem, wie in Deutschland, also, ja, finde ich schwierig. Also ich muss sagen, ich fand es sehr anstrengend, meinen Debütfilm zu machen, weil diese Finanzierung einfach wahnsinnig langwierig war und mich das irgendwie, ich weiß noch, dass ich so ganz schnell irgendwie eine erste Drehbuchförderung hatte und dann ging so dieses ganze Fördersystem plötzlich auf und man muss da einen Antrag machen und da einen und da einen und das habe ich jetzt wahnsinnig anstrengend empfunden, weil ich einfach dachte, ich will jetzt einfach irgendwie meinen ersten Film drehen und loslegen und das hat sich aber bei meinem zweiten Film glücklicherweise, hat sich das einfach sehr stark geändert, weil da einfach auch die Finanzierung sehr gut durchlief und ich das dann als sehr leicht empfunden habe, diesen Film machen zu können. Aber ich glaube, klar, da gibt es immer halt eben auch Schwierigkeiten drin und dann andererseits, klar, wenn man sich so einen amerikanischen Markt anguckt, weiß ich auch nicht, wie angenehm das ist, weil man da in ganz anderen Bedingungen arbeiten muss. Das Studiosystem gegen ein Fördersystem auszuspielen geht, glaube ich, nicht. Das ist so wie eine Dorfwirtschaft gegen eine Großindustrie. Nein, aber natürlich gibt es da irgendwie Sachen, also, ja, das, was ich meinte, dass mich das dann irgendwie so angestrengt hat, dass es sich so langwierig angefühlt hat oder es nicht so ein Gremium gab, das entschieden hat, also wir hatten damals vom Kuratorium junger deutscher Film halt Förderung bekommen, das war ja cool, das ist irgendwie auf Bundesebene und Nachwuchs und dann geht das bestimmt ganz leicht und dann haben wir plötzlich gemerkt, wir haben ganz viele Absagen bekommen irgendwie in den Regionalförderungen und das war, also war so als, man kommt aus der Hochschule raus und freut sich erst total und damit so umzugehen irgendwie fand ich nicht so ganz einfach und da geht es irgendwie sehr vielen FilmemacherInnen natürlich so, dass das erstmal schwierig ist, am Anfang da so irgendwie so Fuß zu fassen und dass das halt auch so im System teilweise natürlich Schwierigkeiten gibt. Jetzt hast du für einen Konzern eine Serie gemacht, da ist Finanzierung überhaupt kein Problem mehr, da geht es dann nur noch inhaltlich, magst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Ich glaube noch nicht ganz so viel, weil ich gerade erst vor zwei Wochen das abgedreht habe und das ist mir gerade noch so ein bisschen zu früh, da zu viel zu sagen. Werden Sie ohnehin noch nicht so schnell zu sehen kriegen. Oder wann kann man das? Im Dezember schon. Wenn man die Plattform hat. Genau. Sag nochmal die Plattform. Das ist Paramount+. Wunderbar. Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht nur aus Höflichkeit da geblieben, sondern auch, weil Sie noch viele Fragen haben. Dann komme ich nämlich zu Ihnen mit dem Mikro, weil Sie auch aufzeichnen. Wenn Sie möchten. Also ich möchte eine Frage direkt stellen, weil ich fand das gerade so spannend. Drei bis vier Wochen geprobt, das ist etwas, was ich ganz selten höre und wahrnehme im deutschen Kino. Ja, also bei mir ist halt Proben, ich mache ganz wenig szenische Proben. Ich unterhalte mich einfach ganz lange über die Szenen immer. Und dann, also diese eigentlich szenische Proben mache ich sehr, sehr wenig, weil ich dann irgendwie gern habe, dass es halt so frisch bleibt eigentlich. Aber ich mache es, also mir geht es eher darum, dann einfach Sätze auseinanderzunehmen oder eben über den Kontext zu reden und dann aber es auch wichtig finde, in unterschiedlichen Situationen über einen Kontext zu reden, weil dir halt auch jeder immer was anderes mit reinbringt irgendwie und ich auch durch diesen Prozess selber für mich eine Klarheit kriege erstmal oder es halt auch spannend finde, weil ich es auf eine Art dann irgendwie vorher lese und dann merke, dass wenn eine neue Schauspielerin dann irgendwie in eine Leseprobe mit reinkommt, dass plötzlich ganz viele andere Intentionen und Motivationen plötzlich in einer Nebenfigur zum Beispiel stecken, die dann nochmal die Szene in eine ganz andere Richtung bringen. und ich finde das einen total essentiellen Prozess für mich beim Filmemachen. Das finde ich super spannend. Ja, hier ist die Nächste. Nee, nee, sonst hört man sie nicht. Nee, es wird aufgezeichnet. Da hinten ist eine Kamera. Also, ich fand ihren Film sehr ungewöhnlich und das Nachgespräch jetzt für mich nochmal anregend zum Nachdenken. Ich brauche jetzt Ruhe zum Nachdenken und möchte nur sagen, ich bin in der DDR aufgewachsen, meine Kindheit auch auf dem Land, aber ich kann diese Trostlosigkeit nicht bestätigen, weil es ja mindestens 70 Jahre her ist. Und ich war fasziniert, ja, wie die heutige Jugend ihre Isolation und Einsamkeit kompensiert. Diese Schlucke vom Alkohol und dieser harte Sex, ich muss noch viel drüber nachdenken und ich finde, sie haben einen tollen Nerv getroffen, weil so wenig geredet wurde. Es gibt viel Stoff zum Denken. Danke. Magst du was erwidern? Ja, ich war gerade nochmal grundsätzlich, also, weil ich habe das ja auch immer wieder gemerkt, gerade wenn wir in so ländlichere Regionen gekommen sind, dass es da auch so unterschiedliche Reaktionen natürlich auf den Film gibt und eben, was sie auch sagten, sie haben das für sich gar nicht so wahrgenommen. Weil ich finde es ganz wichtig auch, dass halt die Realität, die in einem Film gezeigt wird, keinen Allgemeinheitsanspruch hat für jedes einzelne Leben, was da auf dem Land stattfindet. Weil, also das merke ich immer, dass das halt irgendwie so schwierig ist, weil dann ganz schnell in so ein, das, was die Filmemacherin jetzt sagt, hat so einen Allgemeinheitsanspruch irgendwie ganz schnell rutscht und da habe ich, ja, also das habe ich, als ich mit Saskia zusammen auf Kinotour war, haben wir es gemerkt, sobald wir in so ländlichere Ecken gekommen sind, dass es da immer sehr unterschiedliche Auffassungen gab. Es gab natürlich dann auch, also dieses eine Ehepaar, bei denen ich in Brandenburg gewohnt habe, die sind nach dem Film zu mir gekommen, haben gesagt, genau so ist es irgendwie und dann gab es aber eben auch die Reaktion, wo gesagt wurde, nee, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, irgendwie, es ist für mich gar nicht so und, ja, das, also wollte ich nochmal sagen, dass das irgendwie, also, nicht als so ein Drüberstellen irgendwie auch gemeint ist, dass man irgendwie, dass das alles so jetzt irgendwie ist, sondern einfach ein Teil von der Realität auch immer. Wie meinen Sie? Ja, 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 klar, ja. Gibt es noch weitere Kommentare auch oder Fragen von Ihrer Seite? Ansonsten würde ich noch, weil die Frage, Uli hat sie schon gestellt, meine Frage, die Reihe heißt ja, was tut es hier in deutschen Filmen? Ich würde noch als Ergänzung vielleicht wissen wollen, du drehst ja tatsächlich eben auch, also man fühlt sich anders an, als vieles, was ich im deutschen Kino sehe und wahrnehme und finde das ganz faszinierend. Hast du aus deiner Sicht andere KollegInnen, wo du sagen würdest, mit denen empfindest du dich auf einer Wellenlänge, die auch so eine Haltung haben, wie du sie hast oder siehst du dich eher so ein bisschen als solitär? Also meinst du jetzt in Deutschland? Ja. Also wen ich wahnsinnig toll finde, ist Maren Ade und also diese Rangehensweise ans Filmemachen, weil, also klar hat es eine andere Bildsprache, aber ich finde, also wo ich mich irgendwie sehr nahe oder verbunden fühle, ist dieses, also diese Echtheit, die ihre Filme haben, die irgendwie dadurch so ein großes Vorbild für mich sind. Und weil du gefragt hast, international, hast du wahrscheinlich auch jemanden im Kopf, oder? Andrea Arnold. Warum? Eigentlich aus den ähnlichen Gründen. Okay. Nee, also ich würde mal sagen, ich wünsche oder wir wünschen dir, dass du noch viele Filme auch in diesem Stil oder Serien machen kannst. Es ist richtig toll, dass du extra jetzt wieder ein halbes Jahr, nachdem das gestartet ist und nachdem du gerade eine lange aufwendige Serie eben abgedreht hast, zu uns gekommen bist. Also bevor wir applaudieren, möchte ich noch direkt Werbung machen. Die Reihe geht natürlich weiter, wie jeden Monat. Ein besonderes Werk. Nächsten Monat wird der Film Jagdsaison hier sein. und die Schauspielerin und Drehbuchautorin Rosalie Thomas, die Sie wahrscheinlich kennen, die auch schon viele Preise gewonnen hat. Ein und zweimal den Deutschen Schauspielpreis wird dann hier sein und zu dem Film sprechen. Da geht es dann um eine Komödie in dem Fall. Also wir sind hier immer breit aufgestellt in Sachen Genres. Und jetzt an dieser Stelle noch mal ganz, ganz herzlichen Dank. Sabrina Sarabi. Niemand ist bei den Kälbern. Dankeschön. Vielen Dank auch. Und Ulrich Sonnenschein für das Gespräch. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.